... in die Limousine gesetzt habe und die Tür zugeknallt habe, also... Du hast dich ja mit Sebastian richtig, richtig gut verstanden, schon zu der Zeit. Wie ist das jetzt, der Kontakt? Ich warst überrascht, als du Larissa im Finale gesehen hast. Das ist jetzt auch eine gute Frage. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Aftershow-Podcast-Reaction. Hier auf diesem Kanal und heute wieder zu den Bachelors. Dieses Mal mit dem anderen davon. Und zwar nämlich mit Dennis und Katja. Die Folge mit Sebastian und Eva ist ja schon online. Könnt ihr gerne anschauen. Lohnt sich auch extrem. Also ich fand, die war wirklich richtig gut. Und deswegen hoffe ich mal, dass die beiden hier nachziehen und der Podcast auch gut wird. Das ist übrigens jetzt die erste Folge. Also die zweite haben wir ja zuerst angehört. Und die anderen beiden, die kommen dann irgendwann demnächst. Ganzer Podcast ist natürlich unten verlinkt. Das gibt es bei RTL Plus. Und damit let's go. Erste Frage ist hier natürlich der Klassiker. Da das scheinbar jetzt immer nach dem Wiedersehen aufgenommen wird, wollen wir natürlich mal wissen, wie haben die denn das Wiedersehen so wahrgenommen? Zum Beispiel bei Dennis gab es ja auch das mit Larissa. Komisch auch erstmal im ersten Moment wieder alle auf einmal wiederzusehen. In erster Linie waren es natürlich sehr, sehr gemischte Gefühle, weil ja noch ganz, ganz viele Fragezeichen auch im Raum standen. Du warst ja auch sehr ruhig eigentlich an diesem Abend. Warum eigentlich? Ja, ich war auch mega nervös und auch total gespannt, die Mädels wiederzusehen. Und wusste natürlich auch nicht, wie die auf uns, auf dich, auf mich reagieren. Was ich sagen muss, ich war selbst ein bisschen überrascht, aber ich finde, Dennis war beim Wiedersehen auch, er meinte ja auch gerade so, war ein bisschen komisch. Ich glaube, das hat man ihm auch angemerkt. Also, der war gar nicht mal so fröhlich unterwegs wie sonst. Eher auch so ein bisschen ruhiger, so würde ich sagen. Ich habe mich in dem Setting nicht ganz so wohl gefühlt. Also, irgendwie war ich natürlich auch super eng mit deinen Favoritinnen und es ist natürlich ein komisches Gefühl, dann doch daneben zu sitzen und dann nochmal eure Kommunikation irgendwie mit zu verfolgen. Ja, man muss ja sagen, Wiedersehen ging eh nicht so lange, war auch nicht so spannend und mit viel weniger Drama, als ich erwartet hätte. Aber es ist interessant, jetzt mal die unterschiedlichen Wahrnehmungen zu erfahren. Sebastian meinte zum Beispiel, dass er sich da sehr wohl gefühlt hat. Eva eigentlich auch, also kam auch so rüber. Und die beiden, wie gesagt, ich finde, Dennis hat man es angemerkt und Katja hat sich scheinbar auch nicht so wohl gefühlt. Wie war es denn eigentlich für dich, auf Rebecca wiederzutreffen? Komisch, weil der letzte Moment war ja wirklich tatsächlich der, als ich sie verabschiedet habe, in die Limousine gesetzt habe und die Tür zugeknallt habe. Also, ist dann schon merkwürdig, weil man hat ja auch mit ihr sehr, sehr viel erlebt. Wusste jetzt auch nicht so recht, wie ich auf sie reagieren sollte. War es eigentlich schwer für dich, im Finale die Worte zu wählen? Ja, schon. Man erzählt ja auch von dieser schönen Zeit. Und ich glaube, in diesem Moment steigt auch die Erwartungshaltung, beispielsweise bei Rebecca. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich eigentlich bis zum letzten Moment sogar sicher gefühlt hat, die letzte Rose zu bekommen. Ja, das ist das, was ich mir auch immer denke. Also, erstmal kommen so 10 Minuten lang die ganzen guten Dinge, nochmal so die Rückblendungen. Und wie ich es auch meinte bei Eva, irgendwie auch, habe ich mir auch so gedacht, also, wenn er ihr jetzt die Rose nicht gibt. Wobei es vielleicht rückwürgend auch schon so ein bisschen, ja, dann doch anders klang. Aber im ersten Moment nimmt man das eigentlich voll positiv wahr. Und, ja, da habe ich auch gemeint, dann ist es so vom einen auf den anderen Moment, mit einem Satz so quasi, aber einfach alles so nicht kaputt gemacht. Aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt so rückblickend zu der ganzen Zeit, wie stehst du jetzt zu Rebecca? Ja, Rebecca und ich haben uns ja während der ganzen Staffel sehr gut verstanden. Also, wir waren auch Gym Buddies und ich habe auch gewisse Ähnlichkeiten natürlich auch gesehen. Das weißt du ja auch. Na, das wäre jetzt aber mal interessant. Welche Ähnlichkeiten denn genau? Was meint die jetzt? Meine Intuition hat mir schon gesagt, dass ich mit Rebecca im Finale stehen werde. Also, irgendwie wusste ich das auf einen gewissen Punkt, ja. Ach, wirklich? Krass. Ich hätte mich eher gewundert, wenn eine andere Frau im Finale steht, weißt du? Und als du dann das Finale jetzt selber auch immer angeschaut hast, hast du dann auch ein bisschen mit ihr mitgelitten? Das hätte ja auch genauso mich treffen können, deswegen, ja, habe ich schon sehr mitgelitten. Auf jeden Fall. Kommen wir mal zu der Entschuldigung von Larissa. Was sagst du eigentlich dazu? Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Also, angenommen hatte er es hier, ich frage mich gerade auch eigentlich, wie das, habe ich mir da auch gedacht, so wie Larissa da wirklich drauf gekommen ist, dass er mit ihr geflirtet hätte. Also, ja, egal, gucken wir mal, was er dazu sagt. Also, ihr habt ja auch nochmal per Nachrichten kommuniziert, beziehungsweise Larissa hat dich ja kontaktiert. Ja, nicht, dass sie dann wieder dachte, dass er mit ihr flirtet. Ja, ich kann mir vorstellen, sie war, glaube ich, selbst überrascht, als sie sich im Fernsehen gesehen hat und das gezeigt wurde, was sie da abgelassen hat. Ja, sie hat mir da dann recht schnell eigentlich eine Nachricht geschrieben, dass es ihr sehr, sehr leid tut, hat sich versucht, nochmal für die Situation ein bisschen recht zu fertigen. Ja, sie gedacht hat, ich hätte jetzt nochmal irgendwie versucht, bei ihr was auszulösen, was aber wirklich reine Fehlinterpretation war. Ja, ich bin kein Mensch, ich möchte nicht lang mit jemandem auf Kriegsfuß sein. Ja, also, ich kann einfach nur für sie hoffen, dass sie von keinem Menschen in ihrem Leben das Ego kleintrampeln muss, auch in Zukunft nicht. Und der Satz war wirklich, drüber habe ich jetzt die Entschuldigung angenommen und dann ist es auch wieder gut. Ich habe ihr eigentlich in diesem Moment damals, ja, nur ein bisschen mehr Rückenwind ihr und dem Sebastian gegenüber wünschen wollen. Schade, dass das damals dann so komplett in den falschen Hals geraten ist. Ja, du hast dich ja auch mit Sebastian super gut verstanden zu dem Zeitpunkt. Ja, das natürlich sowieso. Also, die Bromance, die wurde hier auf jeden Fall ganz groß geschrieben. Ich glaube, das war aber ein guter Punkt, was er meinte. Als sie das nochmal selbst im Fernsehen gesehen hat, war die wahrscheinlich auch erschrocken über sich selbst, oder? Das ist natürlich immer schade, weil man halt nicht direkt die andere Person auch nochmal hören könnte dazu. Gut, ich meine, die, ja, Gelegenheit gab es ja beim Wiedersehen. Aber ich glaube, das macht schon was aus. Also, wenn man dann selbst nochmal so die Bilder sieht, dann wird man ja auch, also, manche würden es nicht merken, aber manche halt auch schon, wie man dann rüberkam. Das, also, ja, gefällt einem dann halt vielleicht auch nicht so. Du hast dich ja mit Sebastian richtig, richtig gut verstanden, schon zu der Zeit. Wie ist das jetzt, der Kontakt? Ja, unverändert. Also, Sebastian und ich hatten einfach eine gigantische Zeit zusammen. Wir hatten diesen genialen Austausch miteinander und genauso ist es auch jetzt nach der Sendung. Wir, also, wir telefonieren fast täglich miteinander und das Schöne ist ja auch, durch die ganzen Events sieht man sich regelmäßig. Also, wir müssen uns gar nicht anstrengen und haben immer wieder den Kontakt zueinander und das ist super. Aber rückblickend betrachtet, nehmen wir mal an, da wäre jetzt jemand gewesen, mit dem ich mich nicht gut verstanden hätte, dann hätte es auch komplett nach hinten losgehen können. Und auch jetzt diese ganzen Treffen und Wiedersehensshows, Events, wenn wir dann doch zusammen irgendwo, weil die Sendung heißt nun mal die Bachelors, wir sind zwei. Und dann ist ja ganz klar, dass wir hier und da den Auftritt gemeinsam auch haben. Und wenn das jetzt eine Person wäre, die ich überhaupt nicht ausstehen könnte, das wäre... Ja, aber so eine Reise schweißt ja auch zusammen, also ich glaube... Ja, das wollte ich auch sagen, das schweißt einen natürlich auch krass zusammen. Ich fand das auch gut, dass die sich so gut verstanden haben. Also, ich hätte, da hätte ich mir, muss ich echt sagen, hätte ich mir nicht mehr Drama gewünscht. Ich hätte gedacht, dass es so kommen würde, aber ja, also ich fand auch immer die Gespräche von beiden, deswegen, ich sage euch ehrlich, so ein Podcast von Dennis und Sebastian nochmal, das wäre schon eigentlich auch geil. Einfach so die letzte Möglichkeit nochmal für uns, so den Austausch von denen zu sehen, weil das fand ich immer voll lustig, wenn die sich so unterhalten haben, so über die Dates und so. Ja, war schon geil. Ich warst überrascht, als du Larissa im Finale gesehen hast. Das ist jetzt auch eine gute Frage. Also, Dennis hatte ihn ja, Sebastian, noch so gewarnt, mehr oder weniger, in der vorletzten Folge. Und ich denke auch, als sie dann am Ende eben reinkamen mit dem Champagner, ich weiß gar nicht, ob das in der Reaction so drin war, könnte ich mir auch vorstellen, dass Dennis dann überrascht war. Um ehrlich zu sein, nein. Ich fand es auch sehr stark von ihm, dass er sich nicht einschüchtern lassen hat, auch wenn sie sich im ersten Moment jetzt nicht mehr sicher war, ob sie die letzte Rose annimmt. Das war natürlich für ihn auch eine ganz, ganz schwierige Situation, weil jetzt stell dir mal vor, du stehst da im Finale und musst noch selber drum zittern, ob es überhaupt klappt oder nicht. Ja, voll. Ja, so war das aber tatsächlich. Also, ich werde da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber dazu einfach den anderen Podcast anhören. Und gut, ich meine, da war natürlich klar, ja, wie sich Sebastian die Knalltüte hier entscheiden würde. Du bist eine Knalltüte. Ja, das war auch so ein lustiger Moment. Und ich habe da auch zu ihm gesagt, hey, Mensch, trifft da für dich die richtige Entscheidung und steh dazu und dann wird auch alles gut werden. Und deswegen umso schöner für ihn, dass auch Larissa trotzdem in diesem Moment die letzte Rose angenommen hat. Bloß, weil es jetzt vielleicht mit der einen nicht klappt, auf einen anderen Zug aufzuspringen, wäre meiner Meinung nach auch der falsche Weg gewesen. Das stimmt. Ja, da kann ich halt auch nur sagen, auch dabei den anderen Podcast anhören. Also, wenn er es jetzt hiernach nicht macht, ja, dann seid ihr auch einfach selbst schuld. Da wird nämlich auch nochmal ausführlich auf diese ganzen Sachen eingegangen. Es gab ja auch schon vorher so ähnliche Momente, so ein bisschen mit, wen er hätte nehmen können und wie er sich hätte anders entscheiden können. Aber, wie gesagt, dafür ist ja der andere Podcast da. Frauen haben ja bei sowas auch manchmal den siebten Sinn, ob sie die letzte Rose bekommen oder nicht. Wie war es denn bei dir, Mannschaft? Ja, mein siebter Sinn war ja auf jeden Fall, dass Rebecca und ich im Finale stehen werden. Ich wusste es ungefähr, als wir noch so fünf Mädels waren ungefähr, vier. Ja, das habe ich mir nämlich vorhin auch gedacht. Wusste sie das dann, als Lissi noch mit dabei war oder auch schon vorher, als es noch mehr waren? Da habe ich es einfach gespürt. Rebecca und ich, ich habe sie auch verabschiedet und sie sagte zu mir, und sie wusste es auch, also sie hatte auch den gleichen siebten Sinn. Wir sehen uns im Finale wieder. Am Finaletag selber, es ging alles so schnell. Also wirklich, normalerweise wartet man ja immer ewig lange, bis es losgeht, bis man ins Styling kommt und ins Touch-Up und so weiter. Das Touch-Up, hat das vielleicht auch Dennis übernommen? Ich habe das Interview nur durchgeführt und habe dann direkt danach erstmal einen Nervenzusammenbruch gehabt, erstmal geheult auf dem Hotelzimmer, bevor es losging. Und war dann auch echt nicht mehr gut drauf, muss ich sagen. Dann ging es aber auch schon los mit dem Verkabeln und mit den Beauty-Shots. Dann habe ich nochmal geheult und dann war ich auch irgendwie voll genervt. Ja, ich glaube, das ist auch einfach sowas, das will man auch einfach rumhaben. Also selbst an Dennis seiner Stelle und Sebastian seiner Stelle würde ich das auch einfach so schnell wie möglich gerne rumbringen, weil man ja auch die schlechte Nachricht überbringen muss, sozusagen. Und da hätte ich irgendwie auch gar keinen Bock, so hier dieses ganze Bildermachen und Maske und so Zeug so. Das würde ich gar nicht wollen, so einfach rein und die Entscheidung raushauen. Also ich dachte nicht, dass ich die letzte Rose bekomme. Ich habe das tatsächlich ein bisschen gemerkt, als du durch die Tür zur Tür reingekommen bist. Nach dem Finale kam natürlich noch das Finale von Sebastian. Und da haben wir beide uns ja in der Ecke leise hingesetzt und haben natürlich erstmal über alles gesprochen, über die Dream-Dates, du hast mir alles erzählt. Stellt euch mal vor, man hätte einfach im Hintergrund, während Sebastian gerade so seine Rede hält, einfach die beiden gehört, wie die sich so unterhalten. Also ich meine, bei Dennis seinem Lachen, ja, wäre das gar nicht mal so ausgeschlossen. So viel dazu, Freunde. Das war es auch schon mit dem, ja, nicht zweiten Podcast, sondern dem eigentlich ersten, aber dem zweiten Video. Ich bin gespannt, was ihr dazu kommentiert. Ansonsten, ja gut, den Hinweis, die andere Folge anzuhören, nochmal, den spare ich mir jetzt, glaube ich. Wenn es euch gefallen hat, gerne natürlich noch ein Like und ein Abo dalassen. Und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.